Musik 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 Herzlich willkommen bei uns, liebe Damen und Herren, werte Bürgerinnen und Bürger aus Stendal mit den Kindern, groß und klein, bei der Freiwilligen Feuerwehr in ihrem 150. Jahre des Bestehens hier in Stendal. Der Ablauf ganz nochmal kurz von mir skizziert, wenn alle den Hof erreicht haben hier, dann wird der Ortswehrleiter Holger Wote hier das diesjährige Martinsfeuer eröffnen. Applaus für den Fanfarenzug, für die Kapelle aus Lüderitz, die schon viele, viele Jahre uns immer wieder hier begleitet beim Martinsumzug. Auch dieses Jahr schon mal einen schönen Dank von hier aus und dann geht es also gleich nachher weiter Feuerbritzen. Feuerbritzen. Und das ist rechtzeitig jetzt Partei in dieser Situation auch für immer noch die besten Plätze. Feuerbritzen, der Grin ist heiß und wir brauchen viel Spaß und gute Unterhaltung und wir haben jetzt noch ein Blick, oder? Ist hier auch alle bereit? Ja. Nein, fährt rein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.